Sorry, ich könnte reinflashen. Komm, no way, geh drauf. Oh Gott. Sorry. Die haben Mitte komplette Kontrolle, ne? Einer kommt in die Schräge runter. Hier rechts ist einer rein. Hab ich gekocht. Nein, ihr habt das wieder. Du hast uns so verkauft, Bro. Das war so stressig gerade. Also komm doch.